Musik 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 Vor deinem Waldvogel. Ich war noch nie im Leben Privatdetektiv. Aber dafür können Sie ja nichts, wirklich. Aber ich will mich wirklich anstrengen, einer zu werden. Musik Musik Also, Herr Wolldorf, ich bin notfalls auch bewaffnet. Ja, ausgerechnet Sie, dass Sie noch nicht mal mit dem Obst besser umgehen können. Trotzdem, ich übernehme den Fall. Danke sehr. Hatten Sie schon mal einen Fall von Kidnapping? Zehn Mal. Was? Neun oder acht Mal bestimmt. Das läppert sich zusammen. Herr Bummel, Ihr Onkel hätte das nie gewagt. Der hat auch keine Erfahrung mit Karate. Na, Sie etwa? Noch nicht, aber ich sehe bereits so aus. Musik Ich sehe nicht. Das ist alles nur eine Reklame. Ich dachte, wir haben Konjunkturberuf. Kriminalität steigt und steigt und wir merken nichts davon. Was ist das? Ihr Taschengeld. Machen Sie sich einen hübschen Abend. Und? 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 Und?